hallo und herzlich willkommen da bin ich wieder und ich habe mich schon mal offscreen auf die suche begeben und ich habe hier den nächsten samen entdeckt und ich habe noch eine geheime sache entdeckt und da dachte ich mir gut da schalte ich euch mal doch lieber mit rein bevor ich ja das selber entdecke haben wir hier einen schatztruhen rätsel was ich soeben nicht geschafft haben so kommen jetzt wieder die tun ja also hier ist ja nur ein sannes die nummer zwei ach so steht stand ja da habe ich jetzt gar nicht geguckt ich dachte die haben nur die nummer 1 angezeigt gut also und ich sage dazu nichts wahrscheinlich besser aber ihr denkt euch wahrscheinlich gerade aber gut fällt es müssen sein wir haben es geschafft ja wenn man halt so schnell ist man schatz am zufluss und auch gerade wenn man unkonzentriert ist ich war gerade irgendwie unkonzentriert das tut mir leid aber es soll auch mal vorkommen heute gibt es eigensalat oder mich zum salat juden aber schon den dritten sammel wo gibt es die nummer vier her ist eine gute frage sammeln wir später in dem mond ich habe mich nicht vergessen aber ich möchte die vier auf einmal einsammeln es gibt so den besonderen flair betritt bitte das spielfeld lass die partie beginnen verlass bitte das spielfeld ich denke mal wenn man in bewegung bleibt hat man den flow drauf und das war knapp das war auch knapp ok die käppie kann man mit benutzen ja gut da gibt es bestimmt einige die können es bestimmt besser von euch aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so lust auf so ein spiel jetzt sammeln wir uns aber ein ja und dann werde ich noch mal auf screen schauen und wo ich denn rein schalte bis gleich hey hier habe ich gerade noch mal ähm Münzen entdeckt drei stück und auf screen hatte ich auch noch mal Münzen entdeckt und jetzt habe ich meine vollen 100 Muscheln muss ich euch natürlich auch noch mal zeigen wo das war da tue ich dies schnell hier genau hier genau und zwar waren auch da diese drei löcher und in diesen löchern eins davon waren halt diese drei Muscheln und jetzt haben wir 100 stück aber uns fehlen noch ganz schön viele Monde hier genau in diesem loch waren die Muscheln hey da bin ich wieder ich habe nicht den Samen gewonnen aber dafür habe ich eine geheime Tür gefunden wo 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 ok gut hier kommen wir nicht hin ich dachte schon weil ich bin nämlich fast tot so hier haben wir doch was ich schlag an diesen Pyramiden so wo wir oben waren jetzt ja erst mal mit dem hut betäuben und dann auch treffen ist leider nicht so leicht weil man dann schnell hinschwimmen muss und auch mit der stammvertrag mit einmal treffen muss jetzt sehr gut geschlängel am sandigen grund geschlängel sollte das jetzt eine schlange sein na gut dann war es das soweit und jetzt bin ich mal wieder am suchen also da bin ich wieder und ich finde ich finde es einfach nicht den sahen das heißt ja zu mal später der saham hier der bauch oder ungenau ein bisschen länger dann sollen wir dann gehen wir uns dann gehen wir ihm jetzt einfach die zeit die er braucht und wir hingegen werden endlich eine neue welt bereisen 286 wie viele monde gibt es eigentlich aber auch nicht schon ein screenshot gesehen mit 999 monaten aber da sind ich eigentlich immer ja 500 nur die rede egal genug davon wir gehen ins schlimmer land und schauen uns mal da oben ich frage mich was da die währung ist öpfel wo wir gerade ein bisschen zeit haben drehwurf wir sind auf dem weg ins schlimmer land hier steht dass dieses land bekannt für seinen auf einem vulkan zubereiteten schlimmer eintopf ist echt feurig scharfes essen alles klar es deutet auch auf lava hin scharf und verbrennen und lava verbrennt feuer schauen wir aber mal ob das auch so stimmt hier waren wir ja schon einmal und haben schon einen mond eingesammelt da wir durch ein porträt reingekommen sind die brutals als vorkoster oder brutals wie auch immer man das ausspricht wird denn ja eh so ein bisschen schräg die bruder ist noch ein paar die sind da und die kriegen eh gleich voll auf die mütze und was ist die währung sieht aus wie zwiebeln oder sowas oder rüben tomaten glaube ich sind das halt warte mal hier ist was das hat es gebracht was seid ihr denn er explodiert jetzt oder was oder wollt ihr mich einfach nur verbrennen wo die verfolgen ja richtig sie sind ganz schön penetrant die dinge aber jetzt sind hinter herz war dober start warum wie alles doof also probieren wir es doch noch mal diesmal ein bisschen geschickt kochte tomaten habe ich bestimmt auch schon mal verbrannt da bleibt es jetzt geht es irgendwie auch weg das gefühl es verläuft und wird immer größer jetzt nicht mehr sind ja ecklige gegner unsere maiskulmen voll lecker ich hasse diese gegner jetzt schon jetzt weiß ich wenigstens wohin wir müssen jetzt aufpassen gehen wir mal den schweren weg nur ist schwer war entspannt halt halt machen jetzt kann was eh wieder vergessen warum bring dich um mario ja die goomba sind doch nicht so schnell mit ihren kleinen mini bein so können wir sie auch den leichten weg gehen ist nicht bloß in ruhe tomaten ich finde ich voll toll mann ja mann romanze entmitten der lava wow alter das wollte ich jetzt nicht sprinten springt springt schüttel um schneller zu sprinten und ok da muss man erst mal alles kennenlernen ist da oben was natürlich ist da oben was scheint auch wieder eine kleine welt ist das ne ne große 100 münzen ok und wir sammeln das erste mal die tomaten ein hat ein bisschen ägyptisches angehaucht würde ich mal so sagen durch diese mauern oder irgendwas altes jedenfalls am rande einer salzansammlung wenn man sich hier so die mauer anguckt oder wie so ein arabischer palast oder so würde ich jetzt mal so machen schade hier raus kann ich nicht ich weiß jetzt nicht wie weit diese flamme springen kann hinter dem säulen schatten verborgen alles cool dass man so eine feuer aufnahme spielen kann diese musik ist weg Wo ist der andere? Ach hey! Wir haben das tonnenweise schlimmer in den Topf für das Hochzeit als unsere Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen. Aber das werde ich mit dir fertig spielen. Ach, jetzt wird schon gekämpft? Okay. Das hat ihnen jetzt gar nichts ausgemacht. Was ist das? 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 Mit dem Stern können wir die Welt weitererkennen? Ist doch schön. Die Brutals als Vorkoster. Ja, was ich von dieser Welt halten soll? Unter den Käsefelsen. Weiß ich nicht genau. Weil es ist halt so bunt. Aber... Erste Eindrücke können natürlich auch täuschen. Wir schauen uns einfach mal genauer um. Jedenfalls brauche ich hier irgendwie noch Lava. So eine Vogelschuhe. Oder unten ist Lava. Sehr gut. Das reicht. Sag ich immer und dann sterbe ich. Das ist eigentlich nur ein Wandsprung. Schlimmerland. Tick-Tack-Turnier. Nummer 1. So, jetzt holen wir uns hier. Wie Flamme. Hier ist nix. Doch. Hier ist was. Hier scheint ein Weg entlang zu führen. Ach was. Dann hätte ich das ja auch schon vorher gekonnt. Was man nicht alles so entdeckt. So, hier wollte ich hin. Und auf der anderen Seite. Da waren ja auch noch welche. Kann es denn sein, dass da auch nochmal so ein Geheimgang ist? Wird die Dinger fallen jetzt auch nicht so auf? Vielleicht habe ich ihn wirklich übersehen. Hier scheint kein Geheimgang zu sein. Na gut. Oh oh. Das war ein Fehler. Los weg hier. Gut. Dann haben wir das jetzt hier mal erkundet. Na hier kann man nur hoch. Okay. Oh oh. Was doftet denn so lecker? Da brauchen wir auch eher die Flamme. Hier. Ich habe gerade eine Fliege verschluckt. So eine kleine Obstfliege. Oh oh. Alter ist das eklig. Boah. Wolltet ihr bestimmt gar nicht wissen. Aber war schon eklig. Aber ich habe sie nicht runter geschluckt. Was bist du? Eine Gabel? Ja. Wir kommen auf der Schmausspitze. Der Ort an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir nur allzu gern alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Okay. Die Brühe bis zum Hals. Jetzt. Ich werde mich gleich drum kümmern. Ich muss hier erstmal. Ah. Sag ich doch. Da ist doch was. Ich wollte gerade sagen. Da muss man sich doch noch umgucken. Was ist hier? Okay. So ein Rätsel. Da hinten ist auch ein Mond. Also Monde sammeln. Okay. Denke ich kann ich auch schon vorher rauf. Feuerblumen. Einer fehlt noch. Ach da. Dieser blöden Pflanzer. Wenn man es zu schnell lösen will. Also macht das nicht nach. Habt lieber ein wenig Geduld. Und wartet. Mach mal Sumpf. Treiben und sinken. Ich glaube ich muss da nochmal rein. Ich hatte da irgendwie gerade ein Bild im Kopf. Hm. Wusste ich es doch. Das habe ich nämlich schon aus der Ferne da hinten gesehen gehabt. nicht. Dass da irgendwie was blaues schimmerte. Und ich wollte mir das eigentlich nochmal angucken. Und gut dass ich zurückgegangen bin. In einer Ecke des Magmasoos. Jetzt kann man gehen. Ah ja. Immer schön umgucken. Oh Monde. Mario das kannst du doch nicht machen. Okay. So. Wo kriege ich denn jetzt eine Flamme her? Kriegt man die unten? Nö. Da kann man durch. Dann denke ich mal, dass man die Flamme auf der Seite kriegt. Wird ja auch einen Sinn haben, oder? Vielleicht auf der anderen Seite. Dann kann man da rüberspringen. Von da kommt man da noch runter. Okay. Na dann kleben wir uns zuerst mal die Flamme. Flamme an. Alter, was geht hier ab, ey? Was geht hier denn nur ab, Mann, ey? Krass, Mann. Wichtige. Was ist das für eine Musikrichtung? Italienisch oder Französisch? Jedenfalls irgendeine Restaurantmucke. Könnte auch ein bisschen griechisch mit drin sein. Das hat Spaß gemacht. Hm. Wo kriege ich die Flamme her? Ja. Wahrscheinlich ist da auch nicht nur. Klame. Ne. Kann es sein, dass man hier Gemüse in den Topf reinwerfen muss? Sieht mir doch schon so verdächtig aus. Ist auch wieder so eine Joker-Spielhütte gewesen. Dann kümmern wir uns zuerst hier drum. Boah. Kann man die auch in die Hand nehmen? Nee. Müssen wir doch noch Fußball spielen, ja? Und wieder weg. Dieses Rätsel werde ich auch schon nicht mögen. Sag ich euch gleich. Willkommen, 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 hier haben wir einen krassen Artikel. Dann geht mal her damit. Danke, Mann. Ein Mond für dich. Shopping auf der Schmausspitze. Okay, da sind wir also. Hä, wir kommen, Mann. Jo, ein Clowns-Kostüm. Sieht bestimmt ziemlich schrecklich aus. Schauen wir uns mal an. Und? Wie sehe ich aus? Gott, ey. Ich bin Stephen Kings Ass. Nehmen wir da, finde ich, Kochmütze ein bisschen schöner. Wobei, hier gibt es noch so einen maler Anzug. Ein bisschen mehr Artikel, das ist kreativ geworden. Und jetzt sind Temporalfecken sind bereits applizit, sodass einer... Habe ich damit irgendwie eine Fähigkeit? Weil ich habe ja in der ersten Welt hier in diesen Kaskadenfällen so eine leere Leinwand gehabt. Kann ich damit vielleicht die Leinwand bemalen? Finden, wie ist heraus? Was? Räuchst du mehr Münzen? Ich habe wahrscheinlich erst... Ja, okay, ich habe zu wenig Ahm. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Ja, machen wir jetzt erstmal einen Koch. Gut. Tada. Ja, sieht schon besser aus als der Clown. Clown war ja schrecklich, ey. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt hier rein. Oh, hier kommst du nur ein, wenn du ein Koch bist, Mann. Ah, hier, du hast die richtigen Klamotten. Danke, Mann. So, hier muss ich doch... Okay. Boah, Leute, ey. Was ist das denn für ein Mond? Kücheln mit kleiner Flamme. Okay, ja, gibt's denn. Wenigstens mal kein Geschenk am Mond. Oh ne, die Tomaten. Dann sind wir ja gleich tot. Hab ich nicht gesehen. Ich dachte, da kann man hoch. Ich hab die Schlucht dazwischen nicht gesehen. Aber gut. Danke. Toll, und jetzt? Aber wie, komm ich denn jetzt da hoch? Ich krieg das hin. Nein, Moment. Man, Margo. Äh, diese Steuerung ist gerade mega scheiße. Spring doch auf deine verdammte Mütze. Danke. Ich bin zwar oma, aber fast tot. Was hat es mir jetzt gebracht? Ich kann doch gar nicht so hoch springen. Hm. Die Flamme kommt hier auch nicht. Aber mit den Flammen. Ach so. Ich verstehe. Na gut, ja. Toll, tot. Ich verstehe jetzt, was ich machen muss. Das machen wir noch und dann beenden wir den Part, würde ich sagen. Bin mal gespannt, ob ich mit der Flamme die Tomaten auch berühren kann. Jawohl. Ich hasse diese Tomaten, ey. Wirklich. Weil die auch so runterrollen können. Die sind ganz schrecklich, ey. Warum nehmen die da oben wieder? Echt jetzt? Ach, das ist ja egal. Das war jetzt Fail des Jahrhunderts. Also langsam haben wir immer weniger Münzen. So, jetzt aber. Konkert. Kächeln mit großer Flamme. Hm, das sieht aus, ey. Na gut, dann haben wir das geschafft. Und... Hier geht's wieder raus. Alles klar. Danke für die Informationen. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Und bis dann. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Danke. 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 Danke.